Einarm weg. Schlag doch zu. Geh. Der hat jetzt auch wieder Schuss. So, jetzt nehme ich erstmal die hier. Und dann machen wir das nochmal. So. Der hat dich zermürbeig. Weil auch nicht. Oh Gott, sie zerrupfen mich ja schon wieder. Ich habe mich schon wieder zerrupfen. Stirbt. So. Diesmal weg. Und jetzt kommt ja der dicke Hässliche dahinten. Aber jetzt habe ich erstmal mein Inventar. Medikid. Kleines. Oh, und jetzt brauche ich meine dritte Waffe. So, jetzt platzt der. Jetzt kommen ja die ganzen Hässlichen kleinen raus. Der dicke lebt natürlich auch noch. Jetzt mache ich mal einen Schuh. Und mache einen Abflug. So, das sind noch viele kleine. Zwei, drei kleine machen, nix. Aber die Munition hat für 10 Minuten gekauft. So, jetzt ist der auch da. Und ich habe noch ein bisschen was zum Nachladen. Einen Schuss zum Nachladen. Genau, supi. Da haben wir noch Plasma-Munition. Laden wir die gleich nach. Na gut, ich habe hier was Munition auch gespart. Dass ich nicht so dermaße draufgehe. Da gibt es auch noch die Explosionsfässer von dem her. Müsste das jetzt machbar sein, wenn ich sie in die Brande locke. So, einen Flammenwerfer auswählen. Reloaden. Das müsste der auch wieder voll sein. Drei. Hat noch elf, ganzer Schuss. Genial. Oh, da ist noch was. Na, schönes Medikit. Das taugt bloß nichts für mich gerade. War nicht viel. Und da ist es auch immer. Achso, die kann man kaputt machen. Warum sagt mir das keiner, dass ich die Kisten kaputt machen kann? Ja, du weißt, wie viel Munition. Bestimmt, wie viel ist es zu herzlich da? Oder wie viel Kredits damit ich schon vergeudet habe? Da hat noch irgendwas geleuchtet. Na egal. Was hier? Ah ja, hier ist noch was. Hier können wir nochmal aufmachen. Noch mehr Plasma, ja, hier Gott. Da nehme ich jetzt meine Plasma-Cutter wieder. Und dann starte ich jetzt die Engine. P-p-p-p-p-p-p-p-p-p. Glaubst du? Gut, tüm, tüm. Ja, wo kommen Sie her? Die hessischen Dinger. Da kommt einer. Schaut. Da ist der nächste. Freiwillige. Ja, bitte. Boah. Alter, was war das jetzt? Kotzt du mich hier? Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh oh. Oh fuck. Ne, vier. Nein, wie? Oh man, ich will das nicht noch einmal machen. Ich kann die Waffen nicht schnell genug wechseln auf dem Flammenwerfer. Und einer kotzt mich an, tötet seine eigene Leute. Und der Ladebalken. Und der Ladebalken. Für das alte Spiel ist ja, für das Spiel ist ja so ein ewiger Ladebalken rein zu klatschen. Ist ja echt miserabel. Einen Versuch machen wir jetzt noch. Na gut, ich muss es ja eh machen. Von dem her. Vier. Reloaden. Gebt er noch den Tank. Nein. Das ist fair. Gut, dann raus hier. Und eins. Und. Gib ihm. So, jetzt machen wir die weg. Jetzt kommt der Kotzer wieder. Bin jetzt auch weg. Einen Arm weg. Oh oh. Schlag doch. Zu. Geh. So, ich vertaubt. Das sehe ich halt salber. Das heißt, brauche ich die hier. Drei. So. Sechs Plasma-Energie wieder. Können wir jetzt auch noch mitnehmen. Ich gehe auch gleich, wenn ich mich geben darf. Einstehen. Ich werde gleich alle Töchter. Oh. Ich werde drauf. Nein, du sollst auf den dicken Trick. Trittst du auf den dicken? Oh. Ich brauche echt noch den Flammenwerfer. Stirb der jetzt. Boah, der Dicke. So viel. Alle Munition verballert. Inventar ist voll. Was ist mein Inventar voll? Dann haue ich das mir jetzt rein. Gut, ich bin voll. So, ich könnte ja auch meine Stasse einfach mal einsetzen. So, weißt du? Das ist doch auch bestimmt nicht ganz verkehrt. Drei. Reloaden. Energieknoten. Jetzt haben wir schon wieder die ganzen Sachen ein, wo ich hier eben auch wieder eingesammelt habe und jetzt noch mal einsammeln muss. Cutter, den würde ich als erstes haben. Stasse ist voll. So, da ist noch mal was drin. Ah, noch mal Munition für meine Stasse. Äh, nicht für meine Stasse, für meine Plasma. Weil das war ja nur der Vorgeschmack für das, was jetzt gleich kommt. So, ja, weil ich... Ein Flammenwerfer. Mach den mal voll mit. Wer hat er denn jetzt? 64. Eben hab ich mehr gehabt. Nicht alles. Ja, leider. Ähm, so, so. Nichts, wer ist denn Cutter? So, jetzt will ich hier gleich los. Gleich mal in Deckung gehen. Oh, Leute! Oh, erstmal hier gleich mal fett rein plunzen. Und den Spucker wegmachen. Jetzt ist auch hier so ein Scheiß-Spucker. Sind ganz gefährlich. So. Fuck, guck mal, was ja noch kommt. Oh, oh. Da komm ich nirgendswo runter. Ah, doch da. Mit Nachmittag, hab ich nachgeladen? Fuck. Alter, leck mich am Arsch. Ich muss erst die... Nachladen. Natürlich keine Muni mehr. Drei. Häuser. Da hab ich natürlich auch keine Muni mehr. Hau doch drauf. Hau drauf. Oh, Gott. Lauf. Oh, da war Plasma-Energie gelegen. Boah, Alter, ich brauch... Ich brauch, ähm... Nee, nee. So. Inventar weg. Lauf vor. Hau drauf. Wie haut er denn? Gar nicht. Warum stirbt der Dinger nicht? Ah, Gott, da hinten kommt der nächste Dicke. Ah, jetzt müssen wir wieder wegrennen. Ich hol mir die Plasma-Energie. Ah, da hab ich noch Muni. Dieses Schuss hab ich noch. Ein Schuss. Das ist nicht dein Ernst. Das ist echt nicht euer Ernst. Ein Schuss. Zwölf Schuss. Wo sind sie? Alter, jetzt geht aber drauf. Der ist immer noch nicht. Boah. Puh. Ich gebau grad mal 1000 Quedits. Ja gut, paar tausend Quedits hab ich jetzt gekriegt. Ja, i. Jetzt hab ich endlich mal Glück gehabt. So. Ja gut, ich hab mir mein Starz-Modul nicht eingesetzt. Find la v No. 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 Untertitelung des ZDF, 2020